Servus miteinander. Heute zum Thema Gras macht Milch. Wir sind hier in Igensdorf, ungefähr 450 Meter über Normal Null. Das liegt so zwischen Nürnberg und Lauf an der Pegnitz. Wir hatten ein besonderes herausforderndes Jahr und der Vegetationsbeginn war schon im Februar. Dann haben wir lange Nässe- und Kälteperioden und das hat auch mit den Wiesen was gemacht. Wenn wir uns den Wiesenfuchsschwanz, die frühen deutschen Weidelgräser anschauen, dann sind die schon relativ weit, sie sind aber auch schon hart. Und wenn wir im Verhältnis dazu späte deutsche Weidelgräser nehmen, dann sehen wir, die sind eigentlich nicht eigentlich, die sind im optimalen Endzeitpunkt. Also wer jetzt noch überlegt, ob da was hinwächst, das einzige was passiert ist, das Gras wird älter. Also jetzt früh schneiden, hoch schneiden und dann Sorge dafür tragen, dass die Wiesen schnell wieder zumachen und in die Bestockung gehen. Das kann man anregen, indem wir einmal striegeln. Dafür ist es wichtig, dass wir echte Striegel zinken und nichts zum Streicheln haben. Also wir müssen die Wiesen grob anfassen. Man sieht es auch hier, sie trocknen extrem schnell aus. Und meine Empfehlung wäre jetzt nach dem ersten Schnitt in 2023, wir haben selten so gute Voraussetzungen. Es soll wieder Regen kommen und es hat genug geregnet. Wer also Wiesen hat, die ihr nur zwei bis drei Mal schneidet, wäre eine ideale Nachsaatmischung, die NAL 2020 oder 2013 mit 15 bis 20 Kilo. Wer zwischen zwei und vier Mal schneidet, die NAL 2020 mit 15 bis 20 Kilo und wer eine Hochfrequenz Wiese hat mit guter organischer Düngung, mit ausgleichender Düngung, was die Grundnährstoffe Kali über Kainit zum Beispiel angeht oder Kalk, der kann auch eine NEN 2013 nachsehen. Wer den fehlenden Stickstoff, den wir die nächsten Jahre haben werden, in den Wiesen ausgleichen möchte, der nimmt eine Green Trip mit fast 60 Prozent Rotklee. Wir haben jetzt ideale Voraussetzungen, es ist warm, wir haben offene Böden, wir haben Lücken und wir haben Feuchtigkeit. Also mit 20 Kilo nachsehen und dabei eben striegeln und nicht streicheln. Wer noch Fragen hat, wie sich das alles auf den Boden, auf die Wiese auswirkt, der kann sich unsere Videos von der Grünland Roadshow 2023 anschauen. Oder kommt einfach bei unserer BayWa vorbei, entweder vor Ort oder auf www.baywa-landwirtschaft.de. Viel Erfolg beim Stiegeln und Nachsehen zum ersten Schnitt 2023!